ja wir fangen einfach mal bei 1 an war gone tomorrow wir fangen einfach mal bei 1 an schalte einen neuen weg frei indem du woanders den grünen edelstein ja gut grün wir haben sowieso wir haben ja leider nur den blauen äh was ist das so das war schon ein bisschen knapp gewesen irgendwie irgendwie war das jetzt schon knapp das fängt gut an ja ist kein problem kurz kratzen nachher den konnten wir nur mit ja my fault hey der andere hätte ruhig mit sterben können habala na gut egal was ist das denn jetzt schon wieder da für ein panzer das ist noch mal ein bad schubbeln so jetzt machst du okay keine ja ist er ist tot wir haben ihn erfolgreich getötet schön wieder erfolgreich getötet toll okay ich muss jetzt irgendwie gerade weiß nicht es lübt nicht so ganz gerade die wieder auf doppel sprung wird zwar die ganze zeit nicht immer ein doppel sprung machen aber scheinbar hast ja schon keine andere wahl mehr hier so der stück jetzt weg zu dem panzer da den müssen wir jetzt auch scheinbar haben wir eine ja scheinbar müssen wir erst warten bis der in diesen modus geht da in diesen 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 ja weiß nicht okay da habe ich irgendwie falsch einge- okay ich bin gerade echt voll schlecht also er muss erst in dem modus gehen sonst kriegen wir den gar nicht äh zerstört ich hätte sie schon gerne mit ach komm scheiß drauf was ist das hier warum ist hier warum 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 ist hier so aber ich sehe schon da hinten das heißt für uns wieder retour war das heißt für uns wieder retour ich glaub's nicht großer fan bin ich davon nicht dass wir jetzt wieder zurückgehen aber wer weiß was es bringt weil du den ja auch überhaupt nicht siehst ne so okay schade ich dachte hier liegt schon mal ein extra leben oder sowas das wäre naja wir sind schon mal drüben das ist schon mal das ist schon mal gar nicht so schlecht müssen wir nur noch wieder zurückkommen schade ich dachte wir können den da irgendwie oh gott nein es ist aber auch mutig was ich da mache vielleicht sollte ich aufhören so mutig zu sein wir haben nicht so viele leben mehr ich sollte vielleicht wirklich aufhören so mutig zu sein was ist denn ich hasse dieses dreh ding ehrlich gesagt kann ich den kann ich die technik dass ich dass ich dieses dreh ding habe wieder rausnehmen die ist nämlich irgendwie doch schon ein bisschen scheiße wenn du dich mittendrin drehst dann kann es nämlich ganz schnell passieren dass du nämlich ganz schnell tot bist so wir gehen jetzt einfach durch scheiß auf die kisten bevor wir es gar nicht schaffen gehen wir den lieber so durch so machen wir die kiste mit weil so viel leben haben wir hier nicht und wir finden hier nicht genügend kisten um einen hier auf dicke hose zu machen deswegen da gehen wir jetzt so durch das ist sonst ich hab das war in der ey komm leck mich ey ganz ehrlich wir haben nur noch ein verdammtes leben er kann mich gleich töten und dann ist gut das ist was ist denn was ist denn jetzt hier gerade los ich verstehe es nicht du kommst hier aber auch auf keine äpfel du kommst auf keine äpfel wird es doch schon wieder ein bisschen schwerer war nachdem das alles so ein bisschen leicht gewesen war so einfach durch so wow mit einem leben ey wir brauchen eine bonusrunde oder sowas das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht wenn wir eine bonusrunde bekommen würden ey da ist der diamant ich wollte ihn gerade angreifen er wollte aber nicht das war schön mit doppelsprung weil es ist irgendwie sicherer und irgendwie auch nicht wow gut haben wir noch erledigt mit unserem letzten dreher haben wir den noch oh ja endlich gott sei dank ich darf schon sehen dann weiß ich ganz genau was wir zu tun haben das war gut ich will mich jetzt aber ungern drehen weil durch diese doppeldrehung ist halt echt scheiße geworden alles gibt es hier noch irgendwas weil da unten noch ich habe keine ahnung wir machen es so haben wir die kisten dabei und ja wie wir da unten hinkommen oder wann das kommt oder wie auch immer habe ich keine ahnung oh scheiße oh eine bonusrunde ich dachte jetzt laufen wir noch jetzt die hätte ich beinahe übersehen oh okay zwei leben oh gott wenn ich das schon wieder sehe ne oh gott wo sind die zeiten hin wo die bonusrunden noch einfach waren das war noch zeit wie soll ich da denn hinkommen wie soll ich das denn machen wie soll ich das denn machen ich kann die nitrogiste nicht antickern denn bin ich tot da hätte ich auch erst warte hätte man auch erst so machen können so ich kann die nitrogiste aber trotzdem nicht antickern denn bin ich nämlich tot ich habe keinen plan ich kann ich habe keine ich habe keine idee ich habe keine idee wie ich die nitrogiste jetzt aber warte mal wir konnten konnten wir nicht wir konnten jetzt ja schießen ja genau oh stimmt oh das hätte uns oh das hätte uns das hätte uns so viel erspart das hätte uns so viel erspart stimmt ja wir können ja schießen oh das habe ich ganz vergessen nein oh was hätten wir uns alles ersparen können das gibt es ja gar nicht geil und ich versuche das hier stimmt ja wir können ja jetzt schießen das habe ich ganz man ich habe eigentlich doppelt sprung gedrückt aber egal das habe ich jetzt oh man jetzt ärgere ich mich doch ein bisschen aber wir hätten die ganzen Dinger mitnehmen können scheiße das habe ich jetzt wirklich vergessen wir nehmen alles mit oh verlieren wir dadurch eigentlich eine nein ja da spätestens da hätte ich echt hätte ich komplett aufgeben müssen da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht dass wir jetzt ja schießen können so 50 Dinger ein Leben ja ist wenigstens wenigstens ein bisschen kommen wir vielleicht doch noch auf ein paar Leben mehr können wir doch auch bestimmt oder oder komm ja das geht oh man ich ärgere mich jetzt schon ein bisschen ein bisschen ärgern tue ich mich jetzt doch schon irgendwie weiß nicht ist es jetzt kaputt ich denke mal schon es wollte sich gerade wieder umdrehen kann das sein hier wäre der grüne Diamant gewesen wie viel angenehmer wie viel angenehmer das ist das gibt es ja gar nicht oh man das habe ich total verplant dass wir ja jetzt schießen können scheiße naja egal ist hier trotzdem Fujirama mäßig naja wir haben ja trotzdem jetzt wieder vier Leben und kriegen es jetzt wenigstens auch richtig hin und das soll man bestimmt auch bei dem hier machen wa das ist doch bestimmt auch bei dem hier ja dem Panzer ist das egal da kommen wir aber auch so hin hey wir haben es geschafft oh da hätten wir aber auch wirklich alle oh da hätten wir alles schaffen können da hätten wir alles schaffen können aber trotzdem verdammt wenn ich das schießen vergessen hatte das gibt es doch gar nicht so ich muss nochmal ganz kurz Handy mal leise schalten haha nicht dass nachher bübbelt weil ich ja so wichtig bin weißt du da ärgere ich mich jetzt mal wirklich schon ein bisschen drüber das hätten wir das hätten wir besser machen oh nein ich will kein Auto fahren oh hier hätten wir den grünen bekommen können oh ja bekommen wir eh nicht am Ende des Todeslie Todesliebs Todeswegs liegt mal wieder ein besonderer Edelstein ja hätten wir vielleicht ach schade naja egal komm komm wir haben wir sind so schon gut wir können jetzt schießen das ist schon das ist schon einiges wert oder macht man einfach so und peng und peng und peng in your face und schon hast du alles erledigt brauchst nicht mehr viel machen oh die hab ich aber spät gesehen die hab ich aber spät gesehen muss ich sagen so jetzt können wir auch auf den Affen schießen in die Beine so passt keine IS Terroristen nein gut ich geh mal ein bisschen weg ein bisschen gehen wir weg hier werden sie gucken dann gucken sie nur das ist nicht so schlimm oh das war knapp boah das war jetzt aber richtig knapp ah das mach ich so komm ist egal Hauptsache wir haben die Kisten was hier ist schon der Edelstein das ist gut dann kriegen wir den vielleicht für den Todesweg da brauchen wir hier nicht nochmal rein weißt du dann machen wir den Todesweg wieder und dann kriegen wir den grün und dann sind wir richtig gut so er will werfen oh das war knapp was war das denn da oben läuft auch ein bisschen Amok das war knapp der hat sie gerade umgedreht der Schlinge gut dass wir das nicht gemacht haben hey ich will hier eigentlich doppelt so da ist der Todesweg oh Gott da ist der Todesweg wobei wir ja jetzt mit den Waffen echt gut durchkommen also das kann man jetzt einfach mal sagen vielleicht schaffen wir das ja wir haben den einen Edelstein dabei wir müssen rein theoretisch dann nicht mal nochmal hier rein wir machen den Todesweg komm wir sind knallhart wir schaffen das oh Gott oh bis jetzt ist er nicht tödlich ja klasse haben wir sehr gut gemacht da wird wieder ein bisschen Rub-i-est das war aber schon sehr knapp gerechnet nein ah fuck schlecht abgetimt leider etwas schlecht abgetimt gewesen nein warum hat er plötzlich aufgehört sich zu drehen ah das war so eine geile Technik ja das war so super ah warum hat er sich auf einmal aufgehört zu drehen der Wichser so ah sehr schön oh da hat er auf einmal aufgehört sich zu drehen der Honkel uh das war knapp ist er bald vorbei der Todesweg ah damit habe ich nicht gerechnet scheiße damit habe ich nicht gerechnet verdammt so lass erstmal das Messer kommen ja 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 sehr schön nice nice haben wir gemacht sehr schön sehr schön geil haha ja 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 ja